hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls22 auf der galgenberg so machen wir weiter hier mit ballen abfahren oder erste ladung abfahren so let's go ok was ist jetzt los dreist auf einmal ist nicht mehr schön ich muss gucken ablade heute passt jetzt Das ist immer schnell gut frühstücken, das macht sich so am besten. Das war's für mich, das war's für mich. Da sind wir die Hälfte weg. Ich habe die Hälfte umgedreht, dass wir gleich krefer werden, dann wird es wieder weg. 90 86 abgeschlossen ich habe jetzt die Kopfhaut die Kopfhaut die Kopfhaut die zerstört die Kopfhaut So. Ist hier ein Verkehr. Na komm, warum? Warum? So, den Spaß jetzt noch schnell sammeln. So. 86 haben wir überhaupt geschlossen. So. So, da haben wir schon mal einen neuen. So. 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 das feld ist ja stückchen größer da ja 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 Da ist er mal oben. Auf zur Begeau. Das ist gar nicht so einfach. 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 So. 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 noch eine noch und gummi Untertitelung des ZDF, 2020 Oupsala 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 Oupsala